Ist es möglich, eine erfüllte und glückliche Liebe zu erleben, eine erfüllte Liebe zu leben und zu erleben und damit ja auch gleichbedeutend erfüllte Beziehungen zu haben, sich wohlzufühlen in deiner Beziehung mit deinem Partner, deiner Partnerin? Ist das möglich, ja oder nein? Darauf gibt es genau zwei Antworten. Ja, es ist möglich, eindeutig und nein, es ist vielleicht momentan für dich noch nicht möglich, weil in dir noch gewisse innere Strukturen, dein Denken, deine Verletzungen, die du als Kind bekommen hast, deine Erfahrungen darüber, wie es bisher war, dagegen sprechen. Solange das noch läuft, ist es eindeutig nicht möglich, so eine Liebe, so eine Beziehung erfüllt zu leben. Darüber spreche ich in dem heutigen Video und ich spreche auch vor allem über die Möglichkeiten, die dir bleiben und die du hast, damit du aus den alten Strukturen rauskommst. Und zur Zeit ist es durchaus schnell machbar, es braucht keine ewigen Zeiten zu brauchen. Und wie dein Verstand jetzt vielleicht wieder meins sagen zu müssen, ah, das geht doch aber sicher wieder ewig lang, Helga, und ich bekomme es doch sowieso nicht hin. Naja, wer sagt das? Die Energien sind derzeit so gut zu hoch schwingen, zu transformieren, dass es sehr schnell machbar ist, wenn du dran bleibst. Also, bleib dran am Video und schaust dir an. Bis gleich, deine Helga. Herzlich willkommen zum Video. Schön, dass du da geblieben bist. Erfüllte Beziehung leben. Das ist der Traum, meistens auch nur ein Traum für viele Menschen und Paare, die in eben nicht so erfüllten Lebensbeziehungen, Ehen, Partnerschaften, Lebensgemeinschaften momentan drinstecken und sich dann oft täglich fragen, ja, was soll mir das Ganze sagen, ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich nicht wirklich geliebt, ich selbst fühle mich aber auch von mir persönlich nicht wirklich geliebt. Und parallel auch der Gedanke erscheint, ja, woanders könnte ich ja diese erfüllte Liebe finden, in einer anderen, neuen Begegnung, in einem anderen Menschen, der mir dann das gibt, was ich derzeit nicht spüre, woanders ist das Gras sozusagen grüner und saftiger und besser, am Anfang garantiert. Am Anfang ist das, was geschieht. Du triffst einen neuen Menschen, einen anderen Menschen, der anders gestrickt ist wie du, ein bisschen wie der bisherige Partner auch, andere Fähigkeiten mitbringt, andere Möglichkeiten. Aber im Endeffekt wirst du dann herausfinden, dass dieser andere erstaunlicherweise doch wieder so ist, wie der, den du hattest. So ging es mir zumindest. Also der erste Partner hatte so seine Herausforderungen, der zweite, dritte, vierte auch. Und jedes Mal stellst du dich fest, hm, naja, die Erscheinung im Außen wechselt, der Mann ist anders, sieht anders aus, handelt ein bisschen anders. Aber im Endeffekt habe ich immer noch die gleichen Herausforderungen beim Ersten genauso wie beim jetzigen Mann, mit dem ich dann verheiratet war. Ja, spannend, habe ich gedacht, also das ist doch mal spannend, dass die Erscheinungen wechseln, die Aufgabe bleibt. Und das ist genau das, was du auch vielleicht erlebt hast in deinem Leben oder möglicherweise dich auch fragst, na, warum ist das denn so? Na ja, ganz einfach, da ist eine gewisse Aufgabe, die du bekommst mit dieser Beziehung, mit diesem Menschen. Und wenn du dann auch noch irgendwann, so wie es mir dann passiert, ist einem Seelenpartner intensiv zur Natur zugeführt wirst, Dualseele, Spiegelpartner, Seelenzwilling, wie man es auch mal nennen möge, und du dann gar nicht mehr aus diesem, ja, Beziehungsspiegelspiel aussteigen kannst, weil es einfach nicht geht. Zumindest so lange nicht, solange du die Aufgabe nicht gelöst hast. Hinterher kannst du sehr wohl aussteigen, aber solange das dann in die Arbeit gehen soll, wirst du es nicht schaffen, rauszugehen. Auch wenn du es noch und noch mal versuchst, du wirst immer wieder darauf zurückgeworfen werden. Und wenn ihr auch keinen Kontakt habt, auch dann ist die Aufgabe deswegen noch nicht, noch lange nicht erledigt. Der große menschliche Irrtum, so würde ich es mal bezeichnen, gründet darauf, dass der Mensch glaubt, zumindest wurde es ihm ja auch so gesagt oder so mitgeteilt oder hast du es erfahren als Kind, dass du im Außen etwas bekommen solltest oder auch willst, dass in dir etwas sich besser anfühlt. Das heißt, du erwartest von deinem Partner, deiner Partnerin, deinem Seelenpartner, deiner Seelenpartnerin etwas, das der überhaupt nicht leisten kann, weil er ja selbst ein Bedürftiger, eine Bedürftige ist. Das heißt, zwei Bedürftige treffen sich auf dem Lebensweg und erwarten nun, dass der andere, der vielleicht noch bedürftiger ist wie du selbst, deine innere Bedürftigkeit, deine Sehnsucht, dein Wunsch, geliebt zu werden, Liebe zu fühlen, dich angenommen zu fühlen, einfach geliebt in jeder Phase deines Lebens dich zu fühlen, so wie du bist, wenn du aus dem Bett aussteigst und nicht so gut gestylt bist und noch verschlafene Augen hast oder Mundgeruch von der Nacht, was weiß ich, oder es dir gerade nicht gut geht, du fürchterlich aussiehst, weil du gerade so krank bist und die Haare zerzaust und alles sieht nicht so doll aus und du bist nicht gestylt und auch nicht gut drauf, du bist vielleicht ärgerlich, aber auch genau dann möchtest du dich doch in den Arm genommen wissen und spüren, ja, du bist so, wie du bist, absolut richtig, ich liebe dich genau so, weil so, wie du bist, bist du wunderschön. Und genau das erwarten wir dann vom anderen, können es aber selber nicht geben. Das heißt, wir erwarten dann etwas von dem Gegenüber, das wir selber nicht geben können und dann werden wir auch noch wütend, sauer und ziehen uns zurück, wenn der andere das nicht geben kann, was wir selber nicht geben. Oder wir geben es ihm Übermaß und glauben, dass wir ja so lieb sind, dass wir ja so für den anderen da sind, dass wir ihm so viel rüberstülpen, dass er gar nicht mehr atmen kann, dass der andere völlig überbetüttelt wird, würde ich es mal bezeichnen, das machen ja viele Frauen auch. Ja, hier und da, Schätzchen da, Hausschuhe nachtragen und dann jammern sie mir die Ohren von, dass sie ja nur noch am Arbeiten sind und dass sie gar keine Ruhe für sich haben, dass sie nur noch dem Mann alles hinterher tragen. Ja, sie tun es aber aus dem Grunde, weil sie von dem Mann dann was erwarten, was sie wiederum dann nicht bekommen, weil der Mann sich völlig genervt fühlt, von den vielen betüttelt werden. Der will seine Ruhe gerade haben. Ein Mann ist ja auch jemand, der sich immer wieder mal in seinen Keller zurückziehen muss, in seinen eigenen inneren Raum, also das Männliche, sagen wir mal so, ich bin ja auch männlich früher sehr stark gestrickt gewesen, obwohl ich eine Frau bin. Ich habe mich sehr oft in diesen männlichen Rückzugsraum zurückgezogen, um wieder bei mir anzukommen, was wirklich notwendig war, durch den ganzen Stress, der im Außen herrschte. Und wenn du jetzt als Frau diesen Mann, der jetzt einen Rückzug benötigt, weil das echt dringend nötig ist, auch noch kritisierst, dass er sich zurückzieht, eben auch noch Vorbefe machst, dass er sich zurückzieht, ja, dann ist der nächste Schreit aber so sicher wie noch was. Die Frage ist nun, wann steigst du aus diesen Programmen aus, die du ja gar nicht selber bist, sondern die etwas in dir loslaufen lassen, diese Programmchen, nämlich eine Art Verhaltensweise, eine Art Denkweise, mit der du dann deine ganze Umwelt versuchst zu beeinflussen. Du denkst, ja, ich muss nur lange genug das machen, dann wird mir das schon geschenkt werden. Ich muss nur lange genug lieb sein, bekomme ich schon Liebe zurück. Ich brauche nur lange dies machen, bekomme ich das zurück. Nein, nein, nein und nochmal nein, das genau passiert nicht. Das Gegenteil passiert, du bekommst genau das nicht zurück. Und zwar aus dem Grunde, damit du endlich erkennst, dass es so nicht funktioniert. Es ist eine Art Weckruf, eine Art Spiegelfunktion, mit jedem Menschen, den du kennst, aus der Vergangenheit wie aus der Gegenwart. Jeder sagt und zeigt dir im Endeffekt das Gleiche. Die Frage ist nur, ob du es verstehst, was er oder sie dir sagen möchte mit diesem Verhalten. Wahrscheinlich eher nicht. Und da du es nicht verstehst, projizierst du es quasi auf dich und sagst, ich bin nicht gut genug, ich werde nicht geliebt. Anscheinend habe ich es nicht verdient, eine glückliche, erfüllte Beziehung zu leben. Andere haben das schon. Wobei, das würde ich mal ganz, ganz groß mit einem Fragezeichen, einem dicken Ausrufezeichen versehen. Weil es ist nicht alles so, wie es im Außen aussieht. Ob es auch im Innen wirklich so gelebt wird, wie du im Außen anscheinend siehst, glückliche Paare auf der Straße und heile Family Welt. Na ja, ob das alles so stimmt, da habe ich als Kind und als junge Frau schon sehr viel erkannt. Und gesagt, ja gut, darum habe ich auch lange Zeit nicht geheiratet. Weil ich dachte, na ja, das muss ich mir jetzt nicht antun. Ist ja alles nur eine heile Welt, die nicht wirklich so ist. Ich habe es als Kind mit meiner Mutter und meinem Vater erlebt. Die Scheidung war ein Rosenkrieg vom Feinsten. Teilweise, also wirklich heftig. Dann, mein Vater hat sich nicht mehr um unsere Kinder wirklich gekümmert. Und wenn mit Anforderungen, wie wir zu sein haben, damit wir ein bisschen von ihm Anerkennung bekommen, das wollten wir nicht mehr. Also haben wir ihn dann über ein paar Jahre gar nicht mehr gesehen. Was aber ehrlich gesagt ein Glück war, muss ich heute sagen. Es war das größte Glück, was mir überhaupt damals geschenkt wurde. Das größte Geschenk, meinen Vater sozusagen mal zehn, fast zehn Jahre nicht mehr groß an meiner Seite zu haben, bis ich dann 22 war. Das war ideal. Da konnte ich mich dann wirklich mal befreien und entwickeln. Zum Glück. Wer weiß, was mir geworden wäre, wenn das nicht so gewesen wäre, würde ich gar nicht drüber nachdenken. Also auf jeden Fall, du wirst im Außen etwas gespiegelt bekommen, was bei dir im Inneren schiefläuft. Erkennst es nur nicht und erwartest nun, dass sich das beim anderen Partner, der anderen Partnerin endlich ändern wird. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das wird nicht funktionieren. Das wird so nicht funktionieren. Hast du wahrscheinlich schon festgestellt. Und nun bist du an dem Punkt, wo du sagst, so geht es wohl nicht. Aber nun, wie geht es dann? Wenn es so nicht geht, muss es auch anders gehen. Ja, und es geht auch anders, ganz klar. Es geht vollkommen anders, wie du es bisher gedacht hast. Und darüber sprechen wir jetzt. Was kannst du tun, du, nicht dein Partner, deine Partnerin, weil was sie oder er tut oder nicht tut, das kannst du ihr schon mal gar nicht beeinflussen. Überhaupt gar nicht. Das ist das nächste große Thema, wo ich immer wieder sehe in meinen Gesprächen. Ja, der andere müsste, die andere müsste. Warum tut er oder sie nicht endlich mal dies oder jes oder das oder das oder das? Er tut es nicht, weil er nicht kann. Er ist ja auch in einem Programm gefangen. Sie ist ja auch nicht frei von ihren Kindheitsstrukturen, von ihren Glaubensmustern. Und läuft in einem eng gefassten Raster, das nicht Freiheit bedeutet und das auch nicht Liebe ist. Das ist einfach nur ein Konzept von Liebe, ein Konzept von Beziehung. Ein Konzept von, was ist Freiheit, was ist Liebe, was ist erfüllte Beziehung. Das alles ist mit Sicherheit nicht erfüllte Beziehung. Das habe ich ja auch lange Zeit geglaubt. Dass das, was ich bisher so lebte, auch, naja, die Ehe war am Anfang ja nun wirklich schön erfüllt, anscheinend erfüllt, aber im Endeffekt doch nicht. Das kann ich heute im Nachhinein klar erkennen, weil heute lebe ich eine erfüllte Beziehung. Damals lebte ich sie nicht und habe nur geglaubt, dass das, was ich lebe, so wie es ist, gut ist. Ja, ich war überzeugt, dass das, was ich mache, richtig ist. Und so geht es dir vielleicht momentan auch. Und nun fragst du dich, hm, noch eine weitere Runde mit einem neuen Partner will ich nicht. Ich bin meinem Seelenpartner begegnet meiner Seelengefährtin und nun geht es nicht weiter. Also, was ist zu tun? Es geht nun um das tiefer Eintauchen in dich, in dein Leben, deine Denkstrukturen, Glaubenssätze, deine im Untergrund laufenden Programme, die wie ein Grundrauschen deine komplette Welt einfärben und du es gar nicht mal mitbekommst, dass im Untergrund ganz viel abläuft und du einfach nur nach einem Programmschema abläufst und läufst und dich bewegst. Du bewegst dich nicht aus freien Stücken in dieser Welt, so wie du dich bewegst. Nein, Freiheit ist ein Wort, das du zwar öfters mal benutzt, ich bin frei in meinen Gedanken, ich kann frei agieren. Ja, glaub dein Verstand. Glaubst du? Tatsache ist, dass du absolut unfrei bist. Du bist so unfrei, dass du nicht mal erkennst, dass du unfrei bist. Dass du sozusagen glaubst, frei entscheiden zu können und es nicht einmal im Geringsten am Anfang erkennst, dass du vollkommen an Programmen geführt durch dein Leben läufst und ein paar Dinge sicher entscheiden kannst. Ja, wann du was kochst vielleicht, was du kochst auch noch, was du anziehst und ein paar Kleinigkeiten kannst du sicher entscheiden. Aber das ist nicht die große Freiheit, von der du im Innersten träumst, was du dir herbeisehnst. Aus tiefstem Herzen möchtest du frei sein, geliebt sein, so wie du bist, in deiner vollkommenen Person, so wie du bist, in deinen Schwächen, deinen Stärken, deinen vielleicht Fehlern, wie du glaubst oder meines zu haben. So wie du bist, willst du einfach nur geliebt werden, angenommen werden. So wie du bist, bist du richtig und gut und perfekt und schön und wunder, wunderbar. Das ist deine große Sehnsucht. Und das versuchst du nun in einer Beziehung zu finden und stößt aber auf genau das Gegenteil. Und wenn du das erkannt hast, also wenn du heute etwas in diesem Video erkennst oder auch schon erkannt hast, du sagst, aha, stimmt, ja, darum geht es schließlich, ich laufe wohl schon nach gewissen Strukturen, ich will das jetzt ändern, dann ist die Zeit gekommen, es zu entscheiden. Du entscheidest dank deiner Schöpferkraft, die du ja hast, auch trotz all den Programmen hast du die immer noch, du entscheidest, dass du heute das alles so in Zukunft nicht mehr leben willst und ab heute fängt es an, dass du es veränderst. Und natürlich ist mit dieser Entscheidung noch nicht der Berg erklommen, logischerweise nicht, aber es ist zumindest mal die Route geplant. Du hast eine Reise sozusagen erstmal in die Planung genommen, okay, ich möchte den Berg da besteigen, da oben ist die wahre Liebe, die bedingungslose Liebe, die Freiheit, das Einssein mit dem Anderen und mit dir und da willst du jetzt hin. Und nun planst du mal, wie du da hinkommst, nämlich du fängst mal an, du sagst, na da fange ich an, das ist heute, morgen laufe ich los und ab morgen ändere ich vieles. Und dann beginnst du Stück für Stück einen Weg zu besteigen. Am Anfang wird es dir vielleicht ungewohnt erscheinen, diesen Weg zu gehen, weil du vieles von dem, was du geglaubt hast, was du bist oder was du glaubst, machen zu müssen, damit du geliebt wirst oder anerkannt wirst, rigoros über Bord werfen darfst, also rausschmeißen aus deinem Leben und wenn es zurückkommt, wirfst du es halt wieder raus und wieder und wieder und wieder und wieder, bis es dann irgendwie keine Lust mehr hat, wiederzukommen und sagt, naja, lassen wir es mal, hat ja eh keinen Sinn mehr, ich werde ja nicht mehr gehört, also gut, dann geben wir mal Frieden. Und irgendwann ist es dann weg, dieses Programmchen, das machst du mit allen, die du hast. Alle, die da lauten, ich muss so sein, ich muss das tun, ich darf nicht so sein, ich bin es nicht wert, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht richtig, ich bin nicht hübsch genug, ich kann nicht von Leuten reden, ich kann doch das nicht tun und ich muss immer für andere da sein, damit ich das und das und so weiter. Es gibt ja wirklich für jeden Menschen so viele Programme, die er sich da hat einverleiben lassen über die Erziehung, über sein Denken, später, wie die Dinge waren, wurde es natürlich noch fest zementiert, aber in die ersten sieben bis acht Lebensjahren wirst du sozusagen wie ein leeres Buch beschrieben oder ein leerer PC, werden Programme draufgespult und draufgespielt und dann läufst du genau nach diesen Programmen, die du von deinen Eltern übernommen hast, von den Lehrern, das Wissen, was du von draußen in der Gesellschaft erfährst und mitbekommst. Es ist ein ständiges Weitergeben von Wissen, von Arten, wie du zu sein hast, wie die Eltern schon so gelebt haben, wie sie es erlebt haben. Entsprechend geben sie es weiter oder ein bisschen abgewandelt, weil sie ihrem Kind ja was Gutes tun wollen, aber im Endeffekt laufen sie auch nach Programmen und dadurch können sie auch nicht wirklich wissen, wie sie wirklich sind. Meine Mutter weiß das heute noch nicht. Mein Vater ist so gestorben, er wurde dement, er hatte am Ende seines Lebens, wusste er nicht mal mehr, dass ich seine Tochter bin und dass ich verheiratet bin und eine Stieftochter habe. Er wusste es nicht. Er starb unwissend, was gar nicht schlecht war. Nichts Wissen ist vielleicht gar nicht mal übel für ihn gewesen, weil er war so sehr in Programmen drin. Und seine Mutter, die für mich eine ganz harte und grausame Oma war, ich mochte sie nicht, ich muss ehrlich zugeben, ich mochte sie nicht. Als sie dann gestorben war, mein Papa hat fürchterlich geweint. Ich weiß noch, ich stand da an dem Grab mit meinem Papa, er hat mich umfasst und umklammert. Also ich habe richtig, die Hand hat mir schon weh getan und er hat geweint und hat geweint. Und ich habe dann bloß gedacht, warum weint der Papa denn so furchtbar? Es ist doch nichts Schlimmes passiert, die Oma ist doch eh böse. Zum Glück ist sie jetzt nicht mehr da, kann sie keinem mehr schaden. Das waren meine Gedanken. Ich habe auch gesagt, Papa, wein doch nicht, ist doch alles gut. Oma ist jetzt erstmal nicht mehr da und da, wo sie ist, geht es ihr wahrscheinlich viel besser. Und mein Vater hat es nicht verstanden. Der hat so getrauert um seine Mutter, die ihm mit Schlägen und mit Liebesentzug hat aufwachsen lassen. Und mir wurde erst viel später klar, dass mein Vater, so grausam wie er halt war, für mich persönlich eben so geworden ist, weil seine Mutter den verschollenen Sohn, der im Krieg anscheinend verschollen und irgendwie wahrscheinlich gefallen ist, immer ihm vorgezogen hat. Ja, der Helmut, der ist, wenn der Helmut jetzt da wäre, habe ich auch gehört, dann wäre alles besser. Und du, Sigmund, du kannst es ja nicht. Der Helmut ist viel besser gekommen, viel besser. Wurde mir alles viel später klar, wie grausam mein Vater groß geworden ist. Und hätte ich das früher gewusst, hätte ich einen anderen Frieden mit ihm schließen können. Noch einen besseren, wie ich es eh schon konnte. Als er dann ging, dann 2011 war ich schon sehr im Frieden mit ihm. Ich war aber nicht in Frieden mit den Programmen, die er mir gegeben hatte und die ich aufgenommen hatte. Ich war mit ihm als Mensch im Frieden, aber nicht mit dem, was er als Vater mit mir gemacht hat. Mich geschlagen hat, mich mit Liebesentzug bestraft hat, mit Missachtung und so weiter. Das habe ich ihm dann sozusagen erst nach und nach auch verzeihen und annehmen dürfen und vor allem mich aus diesen Programmen rausbegeben, dass ich so wie ich bin, nichts wert bin. Absolut anscheinend nichts. Das, was hat er erfahren, genau das hat er von seiner Mutter erfahren. Und so konnte er nur das, was er erfahren hat und hat nicht darüber nachgedacht, weitergeben. Und so grausam, wie es vielleicht erscheint, wie du vielleicht groß geworden bist in deiner Erfahrung, was du als Mädchen, als Junge erlebt hast, so grausam laufen immer noch heute deine Programme, die da gesetzt wurden. Und wenn du nicht anfängst, diesen Programmen in den Hintern zu treten, und zwar ziemlich gewaltig, kräftig und ausdauernd in den Hintern zu treten und sie aus dir rauszuschmeißen, eins nach dem anderen, wenn du das nicht anfängst, wirst du weiterhin genau nach diesen alten Programmen funktionieren, wie ein PC, wie ein ganz normaler PC, der genau das macht, für das er programmiert wurde, aber der das nicht macht, was du gerne hättest, nämlich dich geliebt zu fühlen, anerkannt, Liebe, wahre, bedingungslose Liebe für dich selbst zu empfinden. Und damit, wenn du das in dir verankert hast, das anerkannt hast, wer du wirklich bist und nicht das, was du glaubst zu sein. Denn erst dann wirst du das nach außen ausstrahlen und wirst entsprechend eine andere Resonanz erhalten. Und erst dann kann dein Partner, deine Partnerin, dein Seelenpartner, deine Dualseele, selbst anfangen, an sich was zu verändern. Wenn du aber nicht anfängst und in dem gleichen Programm weiterläufst, wird es der andere wohl auch nicht tun. Einer fängt an, der andere kann folgen, wenn es für ihn stimmig ist, was ja ganz oft passiert. Und wenn du nicht anfängst, aber erwartest, dass der andere anfängt, ja, dann kannst du da wahrscheinlich sehr lange warten, weil du bist für dich selbst verantwortlich und dein Seelenpartner, deine Seelenpartnerin ist für sich selbst verantwortlich. Es geht auch darum, dass wir uns die eigene Verantwortung wieder vor Augen führen und sagen, okay, ich kann es ändern und ich werde es ändern. Nicht erwarten, dass du im Außen eine Veränderung bekommst, wenn du selbst im Inneren nichts veränderst. Es wird leider auf dieser Erde so nicht gespiegelt werden. Das habe ich ganz krass erlebt. Ich habe in vielen Beziehungen ja genau den Vater vor Augen geführt bekommen, in immer wachsender Intensität bis zu meinem Ehemann. Das war ja richtig heftig. Da wusste ich schon genau, aha, mein Vater steht da mit seiner Ignoranz und mit seinem harten Wesen. Und ich wusste es ja, nur in Heilung war ich nicht damit. Mein Vater starb und ich war immer noch nicht wirklich befreit von den Programmen. Dann kam meine Dualseele daher, die gleichen harten Ansätze. Es war viel weicher verpackt, er hat es viel weicher verpackt. Es war dann liebevoller. Aber die Resonanz, dass er nie da war für mich, dass er nicht wirklich sich Zeit genommen hat für mich, dass er mir Versprechungen gemacht hat. Ich komme und war garantiert nicht da. Mein 50. Geburtstag war der Hälftigste, den ich je in meinem Leben hatte. Ich habe ihn heulend verbracht. Ich sah schlimm aus. Schlimm, schlimm. Mein 50. runtergeburtstag war der Hälftigste in dem ganzen Leben, den ich hatte. Das Silvester, das darauf folgte in dem Jahr, war das Hälftigste. Ich wollte gar nicht mehr leben. Alles Schitte, alles Scheiße, alles Wegwerfen. So alt geworden und nichts geschafft, nichts gepackt. Nicht mal habe ich ein Kind bekommen, was ich gerne gehabt hätte. Ich habe nichts. Ich habe eine Wohnung, wo ich mich nicht wohlfühle. Ich habe ein Leben, was ich nicht haben will. Ich habe zwar zwei Tiere, die wunderbar sind, aber die streiten, die mir auch meine eigene Aggression widerspiegeln. Ich habe eine Wohnung, wo ich kein Licht habe im Winter, wo von Oktober Anfang bis April Anfang keine Sonne mehr reinfällt. und ich liebe Sonne, ich brauche Sonne, ich möchte die haben. Es war grausam. Es war der Tiefpunkt meines Lebens. Keine Arbeit, die mich erfüllt hätte. Ich hatte nichts zu tun. Rund um die Uhr auf mich selbst zurückgeworfen. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Kein Geld verdient. Nichts gehabt. Außer sehr viel Zeit. Zeit, die ich dann auch genutzt habe. Zeit, um zu erkennen. Zeit, um mich aus all diesen Strukturen, diesen Programmen, ein für alle Mal zu befreien. Und es ist mir gelungen. Ziel erfüllt. Die Programme sind weg. Und wenn sie auftauchen, abgemildert. Wenn sie überhaupt auftauchen, sehe ich sie von Weitem, kann ich sie mal sagen, oh, mein liebes Programm, ich werde nicht gesehen. Tschüssi. Halte dich fern von mir. Ich werde gesehen. Mehr denn je. Ich sehe mich mehr denn je. Ich liebe mich so, wie ich bin. Mehr, als ich es jemals zuvor getan habe. Und es ist noch Steigerungsmöglichkeiten drin. Ich liebe mich jeden Tag ein bisschen mehr. Und ich bin jeden Tag noch ein Stückchen mehr bei mir. Da ist ja kein Ende, nachdem du die Programme jetzt einmal in die Schranken gewiesen hast. Das ist ja der Anfang. Der Anfang von etwas Großartigem. Der Anfang von einem wunderschönen Leben. Von einer Fülle, die du dir nur ansatzweise momentan vorstellen kannst. Weil die Fülle ist überall dann. Die ist im Alltag. Die ist in deiner Arbeit dann. Die ist in deiner Beziehung. In allem ist diese Fülle. Diese Liebe. Dieses, alles ist gut, wie es ist. Auch wenn es mal nicht so läuft. Das Leben läuft nicht immer in Höhenflügen. Das wäre ja auch langweilig. Also mir zumindest. Es hat diese Wellentalenfahrten immer noch. Die Achterbahnfahrten aber halt nicht mehr so heftig. Sondern gemütlichere Achterbahnen. Es gibt ja heftige Achterbahnen. Und es gibt die gemütlicheren, die auch noch Spaß machen. Aber die Spaß machen. Die nicht so heftig Angst machen. Die machen halt Spaß. Diese Achterbahnfahrten. Also. Du hast die Entscheidung. Und heute könntest du diese Entscheidung für dich treffen. Dass du ab heute und spätestens morgen dein Leben verändern wirst. Nachhaltig veränderst. Indem du alles in dir rausschmeißt. Erstmal findest du es. Wenn du es gefunden hast, erkennst du es an, dass es da ist noch. Und dann schmeißt du es rigoros raus. Stück für Stück für Stück. Und dann ist dieser große Traum, dieses große Wunschdenken, was ja ein Wunschdenken ist, endlich mit einem Mann, einer Frau in einer erfüllten Beziehung leben zu dürfen und zu können. Dann ist es da. Irgendwann ist es da. Irgendwann ist es in eine reifbare Nähe gerückt. Und dann plötzlich hast du sogar Leben. Du kannst es sogar haben. Du hast es plötzlich. Das ist der Hammer plötzlich. Du hast es. Was du immer ersehnt hast, hast du plötzlich. Das ist schon genial. Also das ist schon obergenial. Ja, und da geht es hin. Das ist die Entwicklungsstrecke, die du so durchlaufen hast. Und wenn du jetzt am Punkt bist und sagst, ja, ich kriege es nicht hin. Das ist ein Programm. Schmeiß es weg. Und wenn dann der Verstand kommt und sagt, ja, das dauert aber sicher bei mir besonders lange. Ist ein Programm. Schmeiß es weg. Oder wenn ein anderer Gedanke kommt. Ja, andere kriegen es hin. Ich aber nicht. Licht ist ein Programm. Schmeiß es raus. Und zwar schneller, als das Programm gucken kann. Und schon bist du einen Tacken mehr bei dir. Das ist es. Also es ist ja lebbar eine erfüllte Beziehung. Und zwar eine, die du dir momentan nicht mal im Ansatz vorstellen kannst, weil du es noch nicht gelebt hast. Du hast in diesem Leben das garantiert noch nie gehabt. Also, spar dir die Energie, es dir vorzustellen, wie es sein wäre oder wie es sein könnte, sondern geh den Weg. Hör auf zu träumen. Du darfst träumen, aber nicht nur träumen. Hör auf, nur in Visualisierungen rumzuhängen und irgendwelche dir schöne Sachen anzuhören, dass du es ja bald geschafft hast und dir positive Dinge einzureden. Dass du es ja bald hinbekommst, wenn du nicht den alten Mist rausschmeißt und Grundreine machst in dir. Großputz, wie ich sage. Nützen dir die ganzen positiven Affirmationen nichts. Nützt das ganze innere Kindheile nichts, indem du nur einfach eine CD anhörst. Ja, dein inneres Kind ist jetzt geheilt. Nimm es in den Arm und kuschle mit ihm. Alles ist gut. Du bist so lieb. Du bist so schön. Du bist wunderbar. Ja, bist du ja auch alles. Nur das Anhören wird dich nicht befreien. Eine Meditation wird dich nicht befreien. Die Befreiung bist du selbst. Du selbst bist die Befreiung. Du selbst bist die Meditation irgendwann. Aber du musst dich erstmal befreien und das ist eine Aktion. Nichts, was du einfach nur entspannt auf der Couch erlebst. Du legst dich zurück und lässt den anderen, der Hypnotiseur oder die Therapeutin für dich arbeiten. Gern genommen, habe ich früher ja oft gehört, ja Helga, du bist doch die Heilerin. Sag ich, naja, mal gucken, was willst du denn von mir? Ja, nimm mir doch mal den Schmerz weg. Sag ich, ja, können wir gerne machen. Ich kann ihn dir kurzfristig wegnehmen. So vielleicht für zwei, drei Tage, wenn du Glück hast. Vielleicht auch für mehrere Wochen, wenn du ganz viel Glück hast. Wenn du Pech hast, hebst du nur drei Stunden. Keine Ahnung, aber wir können es schon mal machen. Kostet 130 Euro. Oh, so teuer, sag ich, ja, ich bin teuer. Klar, ich nehme dir ja auch den Schmerz weg für eine Zeit lang. Ja, aber darfst du mich für immer anscheinend, sag ich, natürlich nicht für immer. Weil ich es ja auch nicht dir für immer nehmen kann. Ich kann nur momentan dein System wieder ausgleichen, dass du wieder gut läufst, dass du wieder rundenläufst. Aber im Endeffekt läuft in deinem Unterbewussten, im Keller, in deinem Eisberg da unten, so viel falsch. Da müsste ich ja rund um die Uhr arbeiten. Das könntest du ja gar nicht bezahlen. Und letztendlich ist es gar nicht meine Aufgabe, das zu tun. Ich kann dir aber zeigen, kostet gleich viel für die Stunde. Ich kann dir zeigen, wie du es selber schaffen kannst. Wäre das ein Deal? Hm, ja, selbst schaffen, da sag ich, ja, selbst schaffen. Autark werden, eigenständig werden, du bist der Schöpfer deiner Welt. Du kannst es machen. Ist viel sinnvoller. Guck mal, du sparst dann viel Geld. Du teilst nur einmal oder auch zweimal. So musst du ja alle Vierteljahr kommen, spätestens dann wieder, 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 wieder. Das ist doch sehr teuer, oder nicht? Ja, natürlich, klar, logisch. Ja, die Vernunft hat gesiegt. Ich mache es. Okay, und dann wurde gemacht. So habe ich angefangen. Am Anfang hatte ich viele Menschen, die wollten einfach nur, dass ich ihnen den Schmerz wegnehme. Eine schöne Hypnose mache. Kann ich ja alles. Eine Heilarbeit machen. Kann ich ja alles. Dass es gut geht. Und das habe ich auch erlebt, als ich noch in Rede gelebt habe mit meinem Mann. Da habe ich eine Frau behandelt, die kam zu mir. Sie hatte ein sehr heftiges Leben. Und ich habe sie behandelt. Und Bonestikschar, Energiearbeit, Aura-Reinigung, gute Gespräche. Nach eineinhalb Stunden flog sie, schwebend, wieder zurück auf ihren dunklen Arbeitsplatz, in ihr dunkle Leben zurück. Und wir hatten ja vereinbart, dass sie nochmal bei mir vorbeikommen, weil es war ja nur der Anfang, den wir gemacht haben, über das erste Initiative handeln und die Energie hochnehmen. Ich höre nichts mehr, ich sehe nichts mehr. Ich frage eine Bekannte, du, was ist mit Maria? Die wollte doch nochmal kommen. Ja, du, Maria kommt nicht mehr. Da sage ich, ja warum denn? Hat es ihr nicht gut getan? Ja schon, nur sie glaubt, du bist eine Hexe. Ich sage, was? Ich bin eine Hexe, wie kommt sie auf diesen Schmarrn? Naja, du hast ihr alles genommen. Die hat dich total gut gefühlt. Eineinhalb Wochen ist die geschwebt und dann ins tiefste Loch reingefallen. Und dann hat sie gemeint, die hat mich verhext, die Frau, da gehe ich nie wieder hin. Da sage ich, naja, super, so kann man auch zur Hexe werden. Da habe ich dann gedacht, ja, ja, ich bin eine Hexe. Also pass auf, wenn du bei mir anrufst, ich bin eine Hexe. Also es ist gefährlich, mit mir anzurufen, sehr gefährlich. Ja, also da habe ich auch dann gelacht. Das ist schon spannend. Es ist wirklich spannend, wie schnell man in den Verruf kommen kann. Wobei Hexe ja für mich ein wunderbares Wort ist. Also ich finde, Hexe heißt ja weiße Frau. Weiße, alte Dame, die viel weiß. Na, die Haare werden schon weiß, da komme ich ja schon hin. Ja, also es ist schon spannend. Also mein Leben ist spannend und es hat sehr viel für mich bereit gehalten. Sehr viel Heftiges, aber auch sehr viel Schönes. Und nun, an dem jetzigen Stand der Dinge, so wie ich jetzt gerade sitze, hier in meinem Schaukelsessel, der ab und zu quietscht, vielleicht hörst du es auch. Der quietscht vor sich hin. Ich war gar nicht zu schaukeln jetzt hier. Schade, ich hätte gerne geschaukelt, aber das Ding quietscht. Ich muss mal Öl reintun an diesen Haken da oben. Ja, so ist es. Und so schnell kann dein Ruf ruiniert sein. Ah, aber meinen Ruf kann man eh nicht ruinieren. Und ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt sie es völlig ungeniert. So heißt es ja auch, gell? Ja, mein Leben ist wirklich spannend. Und dein Leben kann genauso wundervoll, spannend, amüsant, liebevoll, herrlich, grandios werden, wenn du es angehst. Aber angehen darfst du es. Und ich kann dir zeigen, wie es geht. Ich wünsche dir, du liebe Seele, alles Liebe, von Herzen eine wunderschöne Zeit und dass du anfängst und losläufst. Das wünsche ich mir wirklich sehr. Und wo immer du auch die Unterstützung herkommst für dich, nutze sie. Nutze sie, wenn du das Gefühl hast, du willst dich unterstützen lassen. Mache es, geh den Weg. Und vor allem geh ihn. Bleib nicht stehen. Wenn wir stehen bleiben und ausharren, ist noch niemand glücklich geworden. Alles Liebe, Namaste, ich grüße das göttliche, erwachte, bewusste Licht in dir, du liebe Seele. Bis dann, deine Helga. Ciao. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020